hallo und herzlich willkommen zu neuen Betrayed Rick Ross und diesmal auf dem mit von Black Mamba oder Black Mamba oder eh ja du machst das ja ja jetzt schreib erstmal gehen nur auf war so doof hat so ich habe egal also mit besser heißen und gesagt diesmal haben wir auch so nun so dieser steigend Heimer so ist Prozent stoppen die Aufnahme und machen gleich ein neuer an aus dem Grund weil ich einfach mal die Prozent von mir ein bisschen Prozent mehr und Prozent 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 Nein um ja also in den letzten Tagen schon es ist so viel Zeitvergang mit der Städte gemacht wird ganz einfach aus dem Grund weil ich keine Zeit gehabt habe oder ob er mal was aufzunehmen aber erst mal sturmfrei nicht auf das ist doch vollkommen wo ist der da nachher naja ja wie gesagt Primum haben die schon einige Tage her wo die jeder Primum gekriegt außer die die Breakfast unterstützen die haben nix gekriegt was für ein witz ist das denn ganz ehrlich wisst ihr die jeder kommt erstmal Prämie für einen Monat und wir die sie unterstützen und so weiter kriegen einfach nichts nicht eigentlich an sich er ist eine ganz nette Sache aber wir hätten wenigstens und trotzdem die die Leute online einfach mal dringend gehen können hau 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 darum schon etwas voller hau 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 ich habe wir hau 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 um um er hat gefordert zu erzielen 6 2 zweiter Runde auf der Nettbewerb-Roller hat er das Grund haben wir aufgenommen haben gesagt wir haben leider bestimmten Zeit das ist das erste 3 ganz alle folgen mit der Kostin von hinten da wirst vorne von hinten da ist er hier fest 3 mit einem anderen bei ihm das Spiel haben zirka 20 FPS wenn ich so guck mal zu vertreten es ist nicht so groß war das ist nicht nur ein nachhaltig da ist der arme leckt immer in den Europäischen Eidlinger vor der Flieger wenn ihr guckt das mit der aber nicht zu schließen und es wird nicht das gute Meldung ist und anstünde können die die vorletzte Eure vor dem Kopf die Eier bis zum Barschmann Mann jetzt muss ich in Ecke kommen so da machst du nix ich bin jetzt auch noch und hinten dran mit irgendeinem mal gucken ich nehme das war jetzt mal eine Person nachher und von nur und das ganze so ich mache gleich gleich ein K3 nach der Ruhe noch eine Minute das heißt ich hätte ja vieles machen sollen Scheibenwiener Zeit Botte ich bin ja noch voll gut er doch stürt Kumpen Kump die Schmerz Prozent kraften nur noch ein bisschen der meinten karte war der kürz wo jetzt an jetzt so jetzt noch einmal getötet um um er ist vor allem für jemand das auch klar wenn man sich nicht ein wir können uns oder und dem was man machen wird natürlich hier 2 zu karton bis gleich natürlich hier 2 zu karton bis gleich so oder weniger nie abkriegt so leist Prozent Söte ist ein Moment einmal machen er hat er an ihm an mein Handy gleich und gucken wir an mir und jetzt läuft so jetzt läuft aber nur weiter geht die auch keine oder er auch heute ab 1 alle beiden als gezogen ja so etwas für die leute dieser nicht wussten wir waren Prozent jetzt am 114 so hatte man macht recht viel der märz kann man den 50er portreinbauen hat man insgesamt ein Bereich Schläge aus wenn man Primo hat dann halt noch mal noch ein paar anstattet so erinnert und ich werde zumal der Beschreibung einpacken nur stelle und auf den den und weiß das einfach machen ich bin noch die märz Prozent und nun der Verschreibung einpacken und wie ich das hast nicht erinnert schnellstoren und präge immer alle von Warn keine Putz bereit aber ja mehr im Kopf bin ich gerade auch kapitel dort wird die Waffe halten bis auf dem Pissgrave weil wenn man mit dem Weihnachtsklänger guckt hat dann hat man die Waffe gekriegt 1 bei jeder abruf und klingelt war die Worte und vom Untergrund der Komotik für um ja ich hab ja keine themen parat also ich war im letzten video habe ich gesagt da war ich in prag gewesen habe ich aber in der letzten folge nicht so genau geschrieben was ich da so gemacht hat und so weiter äh dann praktisch richtig viel los und das hotel wo wir waren das achsa hotel und das war direkt an der hauptstraße hauptstraße mit Prozent er war direkt an der hauptstraße und war sehr laut bekannte wenn wir es wurde bis in 7 Uhr geschlafen und ich glaube also ging es weil sie noch was ins Bett oder so oder später nachdem er gepennt wird und ich war immer so gegen sieben Uhr habe ich mich aufgemacht sogar gegen sieben Uhr weiter ja in diesem speilern die künftestes seite kurkens aber die sind speiler na gut wenn ich aufnahme auch wenn ich habe alles gezogen und dann ja ja das ist der Kürtel wenn man es wieder die Klappe machen dass die Reise weiter geht die Zügersteine hatte das ist gerade aborten die Liga die Liga die oder trotz noch besser wir haben jetzt genug Zeit noch so und erwartet elektronische wir sind geben da oben sind so und gab es um nur ein so muss das gut jetzt sagt Wartow nein die Kunde flaschen um und da war es das Gigi und hatten noch mal so äh ja das Map einfach ähm ja gefällt mir so ich hoffe es hat euch gefallen und ich ja verabschiede mich hiermit und schatten die Kommentare wegen einer neuen Map oder so die ich hinterher hätte jetzt werden soll also ich gehe gern auf Kommentare ein äh wie man sieht ich antworte auf jedes Kommentar was geht eigentlich und ja immer uns im nächsten IP bis dann und ciao bis dann und ciao bis dann und ciao